Ja, hallo zusammen, ich bin jetzt wieder an der Stelle. Hab das gleiche gemacht quasi wie eben. Und einfach mal schauen. Also, ich hab die jetzt eine Weile beobachtet. Und ich glaube... Hier ist ein Item. Sehr... Ah, Ninja Wiedergeburt. Das kann ich gebrauchen hier. Das kann ich echt gebrauchen. Sehr schön. Aber der geht nach rechts und der Krüppel da... Der dreht sich hoffentlich nicht. Sehr geil. Okay. Ah, der andere hat mich entdeckt. Fuck. Der andere hat mich entdeckt. Oh, Mann. Oh, das ist so ein Bogenschütze. Okay. Nimm dir die beiden Giftreise wieder. Und... Yo. Da oben. Alles klar. Da oben. So. Dann schaue ich mir mal seine Bewegung an. Eine Sekunde. So. Ja. Okay. Der bewegt sich irgendwie komisch. Oh, haben wir jetzt... Jetzt vibriert mein Handy wieder die ganze Zeit, ey. Hä. Ich konnte eigentlich in Ruhe zocken hier. So. So. Dann lauf hin, lauf hin, lauf hin. Oh, Gott sei Dank. Yes. Gott sei Dank, ey. Okay. Okay. Alles klar. Das haben wir. Das haben wir. Sehr schön. Den Abschnitt haben wir echt geschafft hier. Boah, ich bin... ...so zufrieden, ey. Hier ist aber... Boah, voll creepy hier. Wirklich. Voll gruselig. Die kann man nicht mit einem Blasrohr killen. Okay. Der geht weg irgendwie, hä. Der geht weg. Wo ist denn der? Der geht... Ah. Moment. Äh. So. Da ist er. Er macht irgendwelche Hampeleien. Nein, ich hab's wieder verpasst. Ah. Ich Idiot. Jetzt kommt er hier hin. Moment. Moment. Ich hab eine andere Idee. Giftreis. Schmeiß ihn da hin. Und... Wenn er jetzt hingeht... ...dann ist er dran. Komm schon, ess den. Sehr schön. Und... Zack. Geil. Okay. Den haben wir. Den haben wir. Okay. Oh, riesen Level, ey. Aber es macht Spaß. Ja, obwohl es halt auch ziemlich scheiße ist jetzt, dass ich immer nur einen Hitpoint hab, ne? Oh Gott. Okay. Ich wollt schon sagen, also das können die nicht von einem verlangen, dass man hier bei einem Tengshu... Hä? Was ist das denn? Ein Speedrun macht. Was ist das? Was ist das denn? Hallo? Ein Kopf. Was? Hier ist ein Kopf. Okay. Unnormal, ey. Wie bescheuert. Ein Kopf, der hier in der Gegend rumfliegt. Der scheint aber... Ja, ja, komm, komm, komm. Der dreht sich gleich rum. Und yes. Jetzt. Und geh weg. Hau ab. Hau ab. Mach keine Moves. Oh Gott. Hau ab. Wer hat mich da entdeckt? Oh Gott. Wer hat mich da entdeckt, Junge? Welcher Spasti hat mich hier entdeckt? Was? Hä? Was? Ii. Ey. Oh, lass mich los. Ah, wir sind jetzt auf dem Friedhof. Ah, alles klar. Okay. Da ist der. Da ist er. So. Ah, ich verstehe. Ja, ja. Okay. Weil wir auf dem Friedhof sind, kommen jetzt hier manchmal so komische Hände aus dem Boden. Oh, ess den Giftreis einfach. Oh, diese scheiß Hände hier. Die gehen mir so auf den Sack. Komm schon. Hau ab jetzt. Jetzt sieht er mich auch noch. Ey, diese fuck Hände. So, hau ab. Haut ab, ihr scheiß Hände. So. Ich erinnere mich ein bisschen an Resident Evil gehört. Hä? Da habe ich einen gehört eben, wie er gesprungen ist. Und zack. Sehr schön. Den Zombie haben wir. Und wir haben die Zeichen voll. Yeah. Geil. Hui, 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 hui. Oh, was haben wir denn da? Feind death. The enemy is closer to you by pretending to kill yourself. Ah. The enemy rotates to the left. Ah, keine Ahnung. Das ist irgendwie wieder irgendeine Combo. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man die nutzt. Die Kombination, die muss man sich ja auch nochmal merken und alles. Und, ne. Moment mal. Wo denn? Wo denn? Ich sehe gar nichts hier. Ach, da oben. Ah. Da ist einer. So, da ist der doch. Alter, voll Unterwelt, ey. Voll die Unterwelt hier. Ich habe, glaube ich, das schwerere von beiden genommen, hä? Scheiße. Egal. Zack. Ich hätte, glaube ich, das normale Schwert nehmen sollen. Das wäre wahrscheinlich so ein gemütliches Dorflevel geworden, ey. Ja, ist egal. Ich spiele ja lieber die Dorflevel. Als diese komischen Zombie-Unterweltlevel. Ich weiß nicht, sie gefallen mir einfach besser. So, dann gehen wir hier rein. Was haben wir hier drin? So, weiter geht's. Schauen wir mal hier. Einmal kurz zum Mikro richten. So. Schauen wir mal, was es hier drin noch so gibt. Oder komme ich hier etwa her? Nee. Aber, Moment mal. Ah. Hä? Oder doch? Komm ich... Nee. Oder? Wo komme ich denn her? Nee, ich komme von da unten her. Sekunde mal. Komm, vielleicht da oben? Nee. Hä? Hier ist nix. Hier ist gar nix. Ah, doch. Hier ist doch was. Okay. Boah. Was ist da für ein Gegner? Sieht genauso aus wie das eben, ne? Also irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist gar nix. Nee, hier ist gar nix. Okay. Dann auf der linken Seite. So. Da. Da ist einer. Da. Nein. Mensch. Kommt der hier hin? Ja, der kommt hier hin. Okay. Ich verstehe schon. Nein, komm. Boah, das ist Panikmache hier, ey. Dieses Level. Hier ist noch einer irgendwo am Laufen. Ich höre ihn doch. Er geht weg. Okay, los. Und? Lass mich raten, er dreht sich jetzt rum. Oh Gott. Gott sei Dank. So, den haben wir. Alles klar. Sehr schön. So, dann. Wo ist der nächste? Wo ist denn? Oh Gott. Was denn? Wo ist denn der jetzt? Hier ist keiner. Okay. Hier ist keiner. Okay. Warum auch immer. Irgendwo hier rechts. Ah, okay. Ja, hier. Hier jetzt. Hä? Hä? Blö. Auch nicht. Oh mein Gott. Da ist ne... Oh, okay. Da ist er doch. Jetzt kommt er hier raus, ey. Ernsthaft? Nimm den Giftpreis. Nein. Das war wieder so ein Failwurf hier, ey. Shit. Egal. Ich glaube, der... Ne, der dreht sich nur. Okay. Nein. Oh, Gott sei Dank, ey. Fuck. Das war wieder knapp. Ich hab ja jetzt einwand wieder Ninja Rebirth. Also, das geht ja. So, da ist noch einer, auf den ich zurenne. Okay. Ich hör ihn auch auf der rechten Seite. Genau, da ist wieder so ein Kopf. Was auch immer das für ein Kopf ist. Oh, Mann, ey. So, was haben wir hier jetzt noch? Äh, keine Ahnung. Was haben wir denn hier noch? Hier geht's, glaube ich, weiter, hä? Was haben wir denn hier rechts noch? Okay, das ist irgendwie komisch hier. Okay, hier ist ein... Äh, was ist das? Ist das Blut oder was? Kann ich da rein einfach so? Äh, weiß ich gerade nicht. Kann ich da rein? Ja, natürlich ist hier... Scheiße. Oh. Na, natürlich lässt er mich hier nicht raus, weißt du? Oh. Scheiße. Da muss ich ihn so killen. Äh. So. Den hätten wir. Ah, nee, das war Wasser. Okay. Das ist aber, glaube ich, wie bei Akuchi The Heartless. Blutwasser irgendwie, hä? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Da ist aber keiner, aber da liegt was. Was ist das? Ach, du Scheiße. Seht ihr das? Das ist eine Voodoo-Puppe. Oh, mein Gott, ey. Bin ja mittlerweile echt bei Akuchi The Heartless gelandet. So, da. Da können wir hoch. Aber hier ist keiner. Noch nicht. Ich schaue mal, ob ich hier jetzt... ...irgendwie eine gute Statistik hinbekomme. Weil bis jetzt läuft es doch gar nicht mal so schlecht. Und auch obwohl ich jetzt so oft entdeckt wurde. Moment. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist doch irgendwo der... Da ist ein Kopf, okay. Da ist schon wieder so ein Kopf. Alter, diese Köpfe hier. Ah, Katzen! Oh, mein Gott, was? Bist du was? Wieso ist das jetzt auf einmal ein Gegner? Oh. Auf einmal fängt hier eine Katze an zu miauen. Mitten in so einer Zombie-Welt, okay. Okay. Ja, mal gucken. Also, ich schaue mal, dass ich den da hinten noch kriege. Okay. Oh, Mann. Alter Schwede. Bei so langen Passagen habe ich echt immer Schiss. Aber bei den einen, den muss ich ja nicht, ne? Ich muss ja nicht jeden killen. Glaub ich. Ah, jetzt haben wir ihn hier wieder... Oh, da sind zwei. Da sind zwei Gegner. Rechts ist nix, wie ich sehe, ne? Ne. Rechts ist nix. Alles klar. Ja, dann. Abwarten, bis sie sich umdrehen. Und dann möglichst schnell hier dranspringen. Genau. Und nicht hochziehen, Rikimaru. Nicht hochziehen. Oh, der ist runtergegangen. Der kommt ja schon gleich wieder hoch, wenn ich jetzt hier... Oder der dreht sich rum. Oh, nee. Sehr gut. Okay. Sehr schön. So, zack. Den habe ich Stealth. Hier hat doch irgendwo noch einer. Da unten. Oh, Mann. Aufpassen, ey. Oh, Mann, oh, Mann. So, jetzt. Der dreht sich nochmal. Warum drehst du dich im Kreis, Junge? Oh, Mann. Ey, nee. Das muss nicht sein jetzt. Nee, 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 nee. Nee, 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 Freund. Der dreht sich im Kreis. Wie behämmert ist das denn? Ah, der hat mich wieder entdeckt. Fuck. Ja, dann lauf halt weg. Komm. Dann lauf weg. Hier können die mich nicht entdecken. Vergiss es. Okay, sehr gut. Was macht der da hinten? Okay. Wetten, der dreht sich gleich wieder rum, wenn... Oh, Mann. Das war wieder so knapp, Alter. Das ging aber. Sehr gut. Okay. Ah, da wurde ich wieder entdeckt, ey. Shit. Ja, aber es geht noch. So oft wurde ich... Ah, scheiße, jetzt habe ich den Kopf entdeckt. Oh, Mann. Ein Kopf hat mich entdeckt. Alter. Boah. Boah. Was ist das überhaupt hier, ey? Boah, das ist voll ekelig. Das ist hier rechts bestimmt noch einer, ne? Ich kenne doch dieses Spiel mittlerweile, ja. Aber wo denn? Wo denn? Wo denn? Das ist bestimmt wieder ein Kopf irgendwo, hä? Moment mal. Ich mach's anders. Ich geh, äh, hier, mit dem Kletterhaken. Ich geh hier hoch. Ist besser. Puh, okay. Da hinten. Da. Ah, geht auch weg. Mann, ey. Nerv nicht, du Babykrüppel. Oh, Mann. Einmal habe ich ja noch Ninja Rebirth, aber das will ich mir eigentlich für den Endboss aussparen. Ach, Gott, ey. Mann, der dreht sich immer rum. So, jetzt nicht mehr. Komm schon. Du bist doch dumm, oder nicht? Ja, du bist dumm. Wart mal, wenn der dumm ist? Der dreht sich voll oft rum, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Der dreht sich... Ah, jetzt habe ich doch mein Ninja Rebirth. Oh, fuck. Wie die so ein Spasti hier. Das war aber ein Stealth Kill, okay. Geil. Da muss ich sowieso hin, oder dann? Dann passt das doch. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Ich habe mir, glaube ich, echt das schwere Rock von beiden rausgerutscht, ja? Ja, egal. Ich wollte halt ein mächtiges Schwert haben. Ah, stopp. Die Frage ist, wo? Da hinten, oder was? Ja, ja, da hinten. Okay. Boah, das ist brutal, Alter. Das ist richtig brutal. Da ist er. Nein, 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 nein. Geh weg. Da ist er. Ah, die drehen sich immer so komisch. Warum machen die da immer eine Runde? Das verstehe ich nicht. Jetzt bin ich gleich mit einem Hitpoint beim Boss. Super. Ah, natürlich dreht er sich, ey. Ach, das ist doch ärgerlich. Renn einfach... Renn einfach weg, ey. Jetzt dreht er sich genau in dem Moment wirklich wieder rum, wenn ich fast da... Lass mich doch da hin! Jetzt killt er mich, oder was? Hau ab, Mann! Warum lässt er mich nicht da hin? Natürlich kommt er hier runter, ist doch klar. Ey. Junge, 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 Junge. Alter Schwede! Er ist echt schwer, also. Ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt. Ich hab jetzt den am Hals, der muss mich einmal treffen. Und dann hab ich verkackt, keine Ahnung. Ich werd den jetzt nicht mehr los, oder? Doch, ich werd den nochmal los, okay. Oh, sehr schön. Die erahnen aber auch immer, wo ich bin, ne? Wo ist der denn jetzt? Ah, er geht wieder auf seine Route, alles klar. Dann... Ah, weg mit dir! Wichser, ey. Wichtiges Spaß, die. Ah, das kann die doch jetzt nicht von mir verlangen, dass jetzt hier noch ein Endgegner kommt, ey. Das ist ja zu heftig. Das wär einfach zu krass. Ich hab ja auch keinen Heildrang gesehen, ne? Nee. Na gut, egal. Dann gehen wir wieder hier zurück. Grüß dich, Rikimaru. Ah, oh. Oh, your skills are impressive. Who are you? I am Tendai. Huh. Your unique talents could be... You swelter me. Joy. Then you are a fool. We shall meet again, Azuma. Until then. What? Hä? No. Has he brought you back to life too? Tatsumaru? Ich hab's mal Grandmaster geschafft. Geil! Geil! Yes! Items. Jede Menge. Sehr schön. Fire Spell. Burns Fire. Geil, okay. Oh, Großmeister. Sehr geil. Richtig nice, ey. Richtig nice. Yes. Gut. Äh. Dann schauen wir erstmal, wie ich das Ganze... Tatsumaru? Ernsthaft? Ayame, another member of the Azuma clan, is imprisoned for attacking Lord Goda. She was arrested by Goda's guards while she was running into the bamboo forest. She explains to you that she is being framed and that the imposter had fled into the bamboo forest. The prisoned ninja would rather face the penalties of death than to have a fellow ninja break her out of prison. Go to the bamboo forest and find Ayame's imposter, but use caution. The forest is infested with ninja demons and shikigamis spirits. Ah, ja. Okay. Also krass, also. Ayame wird irgendwie entführt und gekillt. Irgendwie, keine Ahnung. Oder sie soll gekillt werden. Aber sie ist unschuldig. Und... Genau, wir sollen jetzt in den Bambuswald gehen, wo sie halt... Stone of Power eraset, strengthens, ja. Nee, das brauche ich nicht. Was haben wir noch? Ach, Fire Spear, ja, okay. Das kennen wir, ja. Äh, was haben wir hier noch? Maru Master. This is life to kill them. Ah, okay. Okay, das ist dieses Schwert. Okay, alles klar. Ähm, ja. Wie gesagt, Ayame wird entführt. Und... Wir haben eben Tatsumaru gesehen. Ich meine, das ist Tatsumaru. Das wäre geil, wenn der nochmal wiederkommen würde, ey. Und sich dann Ayame Tatsumaru wieder treffen. Oh, das wäre so geil. Naja, egal. Äh, Freunde. Ich würde sagen, ich mache das hier jetzt erstmal Schluss. Wir haben das erste Mal Grand Meister geschafft. Ist das nicht geil? Und jo, dann würde ich sagen, da wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Und jo, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Ciao, ciao.